Da wollte ich gerade kommen, den Tari zum Füttern holen und da ist ja gar nicht da oben der Tari. Hat der Tari Nestdienst? Ja? Heißt es jetzt Nummer 2? Ei ist da? Nummer 2 Ei. Hm, verstehst schon, was ich meine, ne? Dann muss ich da wohl wieder hochklettern. Tari Mausebein, Ankündigung, ich komme gleich. Ich will mal gucken. So mein Schatz, uiuiui, bist du ein dickes, breites Tari. Ja, du, wie machen wir das jetzt? Jetzt hast du schon den Brüddienst übernommen. Da werde ich dich jetzt nicht abzupfen zum Essen. Da müssen wir dich mal ein bisschen engmaschiger noch beobachten, ne? Aber vielleicht ist Tari ja jetzt so groß und schlau, dass Tari jetzt selber ist. Jetzt würde ich gerne erstmal nur mal einmal gucken. Okay, Tari ist anderer Meinung. Ja, weiß, ist doof. Ich finde es ja auch nicht so schön. Aber ich muss gucken, ob ihr schon zwei Eierdinger da habt, weißt du? Ich sage dir nicht warum, aber ich muss trotzdem gucken. Oh, sie schnuppert. Einmal richtig aufstehen. Komm her. Tina filmt schnell einmal. Okay, alles gut, alles gut, alles gut. So, entschuldigung. Ja, 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 ja. Okay, bin schon wieder weg. Entschuldigung. Ups. Ja, 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 ja. Pelle 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 ist doch relativ tiefenentspannt, ja? Ist immer noch ein Eichchen. Hm? Bleibst du erstmal bei einem? Weißt du noch nicht so genau? Na gut. Wir werden es ja sehen, ne? Wir werden es ja sehen, wie wir es ja sehen, wie wir es ja sehen, wie wir es ja sehen.